speichern und willkommen zurück jetzt machen wir natürlich noch das einzig wahre die ach moment mal ich hab ja noch gar nicht egal wir machen jetzt noch die secret welt beziehungsweise die zwei secret welten ach guck mal die schlester sind auch alle wieder da weil wir Bowser besiegt haben ach ist das schön so dann gehen wir mal da rein die level müssen wir auch noch machen jedes level hat auch noch ein secret so da gibt es auch jetzt die bunten joshis der blaue kann fliegen der rote kann feuer spucken mit jeder mit jedem panzer oder grüne kann eigentlich alles wenn er die entsprechende farbe von dem panzer hat und naja diese level sind eigentlich nur alle ziemlich einfach wie gesagt joshis sammle ich ja nicht im let's play dafür ist es schon zu spät ich weiß auch hier wo das secret ist keine sorge ich glaube man braucht sogar die sequels um weiter zu kommen und wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass ich bei diesem jahr sterbe die wahrscheinlichkeit ist so fucking gering wenn der joshis den sternfluss wird er sofort groß egal alles gibt's doch nicht ok joshis gewachsen juhu danke dass du mich gerettet hast ich bin ein blauer joshis und kann fliegen egal welche farbe der panzer hat ich muss ihn nur im maul haben ja genau so ist es nur im mund so hier unten ist das secret ich werde aber gerade verfolgt hier sehe ich gerade so komm mit schön wir haben eine blubberblase mitgenommen ich glaube man kann man muss nur die secrets machen glaube ich so hier gibt es den gelben joshi denn hier ist nämlich schon das ziel ich brauche diesen lakitu aber wie bekomme ich den denn dürfte ja eigentlich gar nicht so schwer sein oder doch das ding ist das level ist eigentlich nur dieses kleine abschnitt hier der gelbe kann erdbeben verursachen also stampfen so komm mal her stirb warum stirbt die wolke denn das verstehe ich jetzt nicht hier friss mal du kleiner ich hasse diesen lakitu dieser lakitu ach genau so war das hätte ich auch gleich so machen können egal so joshi lassen wir erstmal da unten denn wir haben was besseres zu tun wir müssen fliegen zwar hier hoch und haben wir das rätsel auch schon gelöst soll das bloß nicht runterfallen und dann haben wir das nicht so gelöst und wir müssen wirklich nicht zum ziel das schmeißt er nur zurück so das haben ist glaube ich sogar noch das schwierigste von dem stern level hier kann man nämlich sehr schnell runterfallen das wird mir sowieso zu 100 prozent passieren also alter schön mitgekommen pilz ich bin ein roter joshi und spucke feuer egal welche farbe der panzer hat den ich gerade im maul habe schade ich habe den gelben jahr jetzt noch gar nicht hoch gemacht ne egal ich habe ja gesagt was die alle können da habe ich aber gerade drum gebackt komm mal her er kann natürlich auch fliegen so wo ist denn hier das secret ende du solltest das eigentlich jetzt noch nicht ausspucken ich brauche einen panzer der da wäre schön das war klar komm her nein 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 als ob ey das gibt es doch nicht nur weil ich einen panzer brauche komm her hoppa ich habe schon eine idee wir machen das hier dann ist er auch schon erwachsen dann gibt es hier glaube ich auch noch einen blauen ne ja da unten komm ich den jetzt safe da runter ach scheiß auf den blauen ich komme auch anders dahin so den behalte ich jetzt einfach mal am maul ach man ich brauche diesen joshi ja wie gesagt ich brauche den joshi dafür jetzt komme ich nicht weiter ah genau mache ich jetzt mal hier den vierfacheffekt nice okay den töten wir nicht wir müssen uns jetzt beeilen ach toll der war ein idealer panzer das war klar okay okay das hätten wir jetzt auch geschafft ach nee warte der schießt hier alles in feuer weg ich brauche eine feder wahrscheinlich es tut mir echt leid joshi ey tut mir echt leid da habe ich mich echt geirrt okay dann gehen wir hier hin das level ist auch nicht einfach denn die plattformen verschwinden wenn man die einmal berührt hat und der ist nicht gesprungen das kennt ihr bestimmt sicher auch wenn ihr am rand steht und manchmal springt mario nicht genau das hatte ich gerade aber das ist schon okay ich habe mich da ein bisschen ruhig ach ach ne was ist das denn jetzt ich habe einen fehler gemacht ne so knapp so knapp ja ich weiß was ich machen was ich gemacht habe mein deutsch ich weiß was ich jetzt machen hätten müssen alter plattform zu plattform und dann ging es man ich sterbe so billig ach okay das geht vielleicht da oben ja wie gesagt das war jetzt extra ich wollte was testen der abstand zwischen den dingern ist gar nicht so groß okay das geht wohl doch nicht eben ging das kurz habe ich gesehen so hallo nein so jetzt warten wir ok es hält noch ne die verschwinden ne ne doch nicht die sammle ich jetzt ein ein und los perfekt 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 ja 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 es war so gut ich sehe nichts alter war das knapp immerher flower piranha viech So, und dann ist Yoshi gewachsen. Klasse, ich bin gerettet. Danke, ich bin ein gelber Yoshi. Und stampfe so kräftig auf das Sandvalkenstieben. Egal, welche Farbe der Panzer hat, den ich im Maul trage. Voll geil. Sand? Okay. Wo ist denn... Hier ist das Secret. Hey, der ist nicht gespürt. Ich hab doch gedrückt. Ich hab genau passend gedrückt. Und jump, und jump, und jump. Perfekt. Ach, ich weiß, der Schlüssel war irgendwo hier, ne? Ich dachte schon. Der war irgendwo... Ich bin mir nicht mehr so ganz genau sicher. Ja. Wow, cool. Warte mal. Komm mal mit. Ich seh nix, wenn ich da oben bin. Ah, ich hab's gesehen. Komm mal mit, Yoshi. Ohne dich schaff ich das jetzt nicht. Wait, what? Wie komm ich denn da hin? Shit. Ich brauch da ne Feder. Oder einen blauen Yoshi. Irgendwas brauch ich da. Muss ich mir was kurz überlegen. Okay, dann machen wir das gleich. Machen wir erstmal hier das Level. Gibt's nen Pilz? So, das Level ist eigentlich recht einfach. Ach genau, da war irgendwo das Schlüsselloch gut versteckt. Nein, Yoshi. Ach, scheiße. Ach, genau hier. Okay, das war Glück. Okay. Da haben wir alles eigentlich schon geschafft. Ich hol mir jetzt noch kurz nen blauen Yoshi. So. Ess den Stern. Nicht. Du sollst den Stern essen. Yoshi, nicht ich. Ja, ich schaff das auch mit dem blauen. Da bin ich mir sicher. Geht das? Krass. Okay. So. Dann gehen wir da hoch. Jetzt brauch ich eigentlich nur noch nen Panzer. Fast. Schön. Ja, fliegen ist so schön. Scheiße. Mhm. Das hat sich ja echt gelohnt. Oh ne, warte. Ich muss aber, hallo. Ich muss aber zurück. Ich brauch jetzt nochmal nen blauen Yoshi. Und dann schauen wir mal. So. Okay. Und los. Na gut, das schaffe ich auch so, ne? So. Jetzt fliege ich auch viel schneller als eben. Okay. Ich hab's verpasst, ne? So ungefähr. Kommt der zurück? Ne, ne? Hallo? Hilfe? Federn. Da waren noch Federn. Da waren Federn. Das war knapp. Ich brauch nochmal nen Panzer. Dankeschön. Okay, man kann da oben auch drauf. Finde ich super. Kann ich hier schön lang laufen. So. Oh, das war knapp. Der hat ihn grad runtergeschluckt. Komm. Kannst du da nicht durch. Schon okay, Yoshi. Dann geh ich kurz alleine. Dann haben wir's geschafft. Und dann kommt der letzte Stern. Und dann kommen wir zur Special-Welt. Hier kommt die Hardcore-Level. Die sind nicht so schön. Und dann gibt's nur ein Ziel. Schätze ich mal. Ja. Nein. Ball... Junge. Ball doch nicht wieder runter. So. Ach, es geht hier nicht weiter. Ach doch, da. Ich glaub, das ist aber noch recht harmlos. Das wird erst danach schwieriger. Oh. Ah. Nein. Ach, man. Ach, komm. So, dann fahren wir den Spaßstuhl. Ja, ich bin grad ein bisschen ruhig. Sorry, Leute. Ich konzentriere mich grad ein bisschen. Weil ich echt nicht gut mit Trampolin umgehen kann. Hallo. Toll. Ah. Kam hier nicht auch Viecher? Nee? Wow, doch am Ende. Komm mal mit. So, Panzer mitgenommen. Das hab ich nie verstanden. Ist ja auch egal. Was? Der schmeißt trotzdem... Der schmeißt trotzdem Hammer? Ich dachte, der ist wie Lakitu. Schmeißt dann auch Münzen. Ach, schade. War ich wieder zu voreilig. So. Ach, komm. Hoch. Hoch. Okay. Ach, da war ein Pilz drin. Pil... Hab dich. Ach, da war auch noch was. Ah, cool. Ey, diese... Diese Notenplugge, die sind so scheiße gemacht. Komm ich denn jetzt da hoch? Ach, so. Okay. Auf deinen Kopf. Und nochmal. Und hab dich. Aua. Ich hab keiner, was das scheiß soll. Komm jetzt her. Danke. Dumme Plattform. Oh, das war schon mal ein schweres Level von der Special-Welt. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie viele Level es überhaupt gab. Ach, steht doch da. Drei, vier... Ja, so acht oder so. Oh, nee. Das Level ist scheiße. Das ist nervig. Als Kind bin ich hier auch voll aufgestorben. Ich weiß jetzt auch wieder warum. Komm her. Wir müssen das P einsammeln. Wow. Wow. Ich bin's echt gut. Ich bin der Beste. So. Wer damit. Hä? Hauptsache das... Hauptsache das Trampolin mitgenommen, ne? Das war wieder so... Oh, nö... Ich... Alter. Ach, da ist ja gar nichts drin. Ach, nee. Da unten, ne? Warum mach ich das überhaupt? Mann, ich kenn mich nicht mehr so gut aus. Und die Leben werden auch knapp. Okay. So. Ja, jetzt hält er mit. Nicht sterben davon. Ja, Lenk, besser. Okay. Ich werde hier sowas von recken. Alter. Geh doch runter. Aber doch nicht so. Was soll ich jetzt machen? Können wir da drauf springen? Ich muss den Controller massakrieren. Was? Ihr habt doch nichts gesehen. Was soll ich so einfach ein Sprung nicht haben? Alter, der stirbt fast. Wenn er schon... Dann runter... Dann runter... Weiter... Was? Ich hab doch gar nichts gesehen! Nur noch 19 Leben, Alter. Ich schaff das nie mal. Ich muss mir gleich mal wieder ein paar Leben holen. Okay. Hoch. Runter, 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 runter. Das gefällt mir nichts ein. Ja, das war ein schöner Start, aber das bringt mir, glaube ich, eh nichts. Runter, 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 runter. So, ich lasse das jetzt noch schön weiterlaufen. So. Das schaffe ich von der Zeit her nicht. Ich muss das in der... Ich mache hier eine kurze Aufnahmepause und es kann sein, dass der Party vorbei ist. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Hallo und willkommen zurück zu Super Mario World. Wir sind in einer Sternenwelt. Äh, Special Welt auch. Und das Level heißt... Exceptional. Und das schaffe ich nicht. Wegen der Steuerung. Ich hab die jetzt ein bisschen geändert. Ich hoffe, ich kann jetzt besser mich bewegen. Müsste eigentlich hoffentlich gehen. So, das lässt mir fallen. Das ist nämlich echt nicht einfach. Mit diesem... Mit meinem Controller. Ja, viel besser. Ja, genau. Genauso wollte ich das doch. So. Okay. Es lag wirklich an der Steuerung. Ich glaub's nicht. Sie war echt so scheiße. Hier, läuft doch jetzt. Wie geschmiert. Fast. Nur, ich verkackt trotzdem. Scheiße. Aber die Steuerung ist schon viel besser als in der letzten Aufnahme. Wow. So. 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 Den töte ich lieber Und den auch Das sind nämlich alle böse Ach hier schon das Ziel Super Das Level war so einfach Also es war nicht lang Und da rutscht es ein paar Kakis Also in der letzten Aufnahme Ich habe ja jetzt hier eine neue angefangen So Exceptional Exklusiv